Hallo, da bin ich wieder. Ich habe gerade auf meinen Speicher geguckt und gesehen, dass ich nur noch 2 GB habe. Also wird das mein Mini-Let's Play. Wir wollten, wie gesagt, alle Sachen hier rein tun. Wir machen jetzt ein bisschen Tempo-Tempo hier, damit wir noch ein bisschen was hinkriegen in der 5-Minuten-Folge oder was weiß ich nicht. Es lag ganz schön momentan. Ich habe eine Frame-Rate von 5. Wieso habe ich jetzt hier eine Frame-Rate von 16? Egal. Ich tue mal alles rein, außer mein Schwert. Oh, ja, super. Die Chess ist voll. Guck mal, es gibt es ja unwichtiges. Die Sublinge und das an. Den braucht man nicht. Jetzt waren wir uns immer mit dem Schwert raus. Also wenn das so weiter lag, kann ich weniger als 5 Minuten machen. Auf zu den Creepern! Und Zombies und was auch immer. Die Creepern! Die Creepern! Die Creepern! Die Spawn! Es lag, es lag! Die Creepern! Die Creepern! Die Spawn! Das ist ja toll! Die ganz toll! Die Zwiebeln! Die Zwiebeln! Die Zwiebeln! Die Creepern! Äh! Ich glaub, das ist noch ein Spillett! Die Zwiebeln! Und so hoffentlich nicht langt. Töten! Wir müssen ihn töten! Großes Fleisch! Und XP! Juhu! Wir haben schon einen halben Level. Sind wir hier nicht gut. Komm, wir töten das Skelett gleich auch noch. Hoffentlich, während wir nicht getroffen werden. Wenn er so lackt! XP! XP! Ein paar dorbenes Fleisch! Und sonstige Monster sind inaktiv! Doch da oben sind noch Monster! So! Ein Skelett da unten ist auch noch ein Skelett! Ich töte dieses Skelett da oben und dann passt das! Oh! Super! Zwei Skelette! Da hinten ist ein Enderman! Sieht ihr diesen weißen Punkt da hinten am Rande? XP! XP! Bin ich schon Level Up? Da ist ein Enderman! Komm, wir gehen da mal hin! Warte mal, kann ich das? Warte mal, kann ich das? Oh mein Gott! Oh nein! Ich bin vergiftet! Weil das verdorbene Fleisch hat mich vergiftet! Oh mein Gott! Ich werde sterben! Ich wurde vergiftet! Scheiß Skelett! Jetzt stirbt doch endlich! Ist der Enderman auch tot? Nein! Enderman! Der ist auch abgeratzt! Scheiße! Ach, schade! Ich wollte jetzt mal einen Enderman zeigen! Und ich habe den weißen Punkt am Rande des Bildschirms gesehen! Und das waren Creeper übrigens! Und wir sind nicht mehr vergiftet! Aber davon haben wir nur noch... Wir haben zwei Fleisch verloren! Das giftet uns verletzt! Nein! Falls man das gesehen hat, sie sieht ein Enderman aus! Eigentlich ist es schwarz, keine Ahnung, warum der jetzt weiß war! Aber vielleicht die fehlende Textur oder was weiß ich nicht! Dann haben wir jetzt ne Ruhe! Äh... Also die Levels... Ich habe keine Ahnung, wo man die einlädt! Und die Punkte... Ich habe keine Ahnung, wo man die einlädt! Ich habe keine Ahnung, wo man die einlädt! Und es gibt so ein neues... Ach so, ja! Ähm... Das tut mir jetzt sehr sehr leid! Statik Ja! Um... Blocks! Ach items Ich habe nicht verletzt! Hallo? Schottck. Gucken was es hier so neu für items gibt! Was ist das? Cookit pork... Was ist Pork? Keine Ahnung... Qualle oder was? Sonst gibt es anscheinend nichts mehr. Egal. Oh, die Truhe ist nicht mehr schwarz. Ähm, ja. So, jetzt haben wir hier ein verdorbenes Fleisch. Kann man das verdorbene Fleisch zu nicht verdorbenem Fleisch machen? Das probieren wir jetzt mal aus mit einem Holz. Das wir jetzt zu Hause gelassen haben. Das ist ja echt prima. Jetzt fehlt uns ein Hals. Ach, egal. So, wir haben die Sachen einfach erstmal in der Truhe. Verdorbene Fleisch und sonst dicke Sachen. Passt schon. Ich muss meine Faust hier und machen wir. Das ist ein Scream-mäßig. Naja. Dann haben wir eine Nacht überstanden. Nicht? Die Endermen spawnen es echt nicht in der Nacht. Ähm, Tag, Dingenskirchen. Ist ja doch. Naja. War ja eine spannende Nacht. Oh oh. Tja, ich würde mal sagen, das war nur eine Nacht-Let's Play. Weiter würde ich sagen, machen wir später, weil sonst zieht mir das zu viel Speicher, glaube ich. Oder soll ich noch ein bisschen weitermachen? Komm, wir holen gerade noch unsere Sachen und dann war das für heute. Mit einem Mini-Let's Play ist mir auch klar. Ja, aber keine Ahnung, ob ich noch mehr aufnehmen kann. Jedenfalls tue ich das erstmal nicht aus Vorsichtsmaßnahmen, dass ich das nachher überhaupt nicht mehr uploaden kann, weil ich das überhaupt nicht habe, weil ich zu wenig Speicherplatz habe. Ich muss schnell. Was? Wieso ist das Druckerscheiß da jetzt immer noch? Ach, egal. Ähm. Ich muss uploaden, ich muss uploaden. Das waren zwei Tage, das waren zwei Folgen für heute. Ich hoffe, das hat ein bisschen Erfahrung gebracht, weil, wie gesagt, Enderman haben wir teilweise gesehen. Und andere Sachen haben wir auch teilweise gesehen. Verdummtes Fleisch und Kühlfleisch werden wir in der nächsten Folge auch noch zeigen. Und sonstige Fleisch und sonstige Ausprobierungen. Naja, ich würde sagen, bis in der nächsten Folge.